Das ist also der Elfenbrücke. Ja. Die Elfenbrücke, die Elfenbrücke, zum Beispiel die Völberbrücke oder schnell zu langsamer. Die Elfenbrücke, die Elfenbrücke, die Elfenbrücke, haben sie angeboten, die Elfenbrücke, die Elfenbrücke und die Helfahrt. Jetzt bin ich schon fahr'n. Aufverkehrst du in die Durchfahrt? Kannst du dir vorstellen, wie tiefer jetzt sind hier? Das sind die Gründe oder Durchfahrt werden. Das war das Stück drum herum, habe ich ihn an. Ja, der Wachstug ist wieder schlecht, aber nicht. Das ist noch eine Frage, die Vachstug ist. Also können wir hier, die Vachstug wird, sind wir hier zu uns montieren. Wir sind hierfil zäugst und dann gibt es da schnauze die Zettbewerke und so. Die Flachstug- und die Flachstug ist da sehr schön. Jetzt bin ich hier im Schatz. Ja. Sieht mal, geht's rechts raus. Und wir fahren Richtung Rübbingen, Richtung Flitzburg weiter, ne? Ja, nach Helmshorn oder was war das? Helmshorn, geht zur Ruhe. Ja. Ah, der Rumpfarsch ist da. Soll ich den Rumpfarsch?